so da sind wir wieder mit vorhin gerade selten gestört da hingeschmissen und fährt es noch da aber schauen wir mal wie die lage ist in der nacht weil wir sind die alte spezessen wir gehen wir mal darauf sehr kassandra allein dein job wird kein leichter sein mal pflicht misser gabel licht ist für kleine kassandra nicht sieht man ja sie zerstört ja alles des mädels sie zerstörter und so richtig ein zerstörer sie ja ja klar dann war mal dommi we we na 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 so haben wir sie Oja. Mhm. Hoppala. Cassandra, was machst du? Amen. Oder so. Können wir schön die Katara verstecken, ne? Und hier hin. So. Amen. Ah, Shira. Hoppala. Nimm den nochmal mit. Hm, der Name hat hier hin, ne? In die Ecke. So. Zack. Okay. Jetzt nur mit. Wo ist denn die Box jetzt? Ah. Ein guter Loot. Immer gut. So. Bisschen Stirn. Ja. Dann haben wir den Anführer ausgestalten. So. Da. Oh. 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 Dankeschön. gelb. Uhr. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Hefeuer. Was haben wir denn überhaupt für Missionsziele da schon, ne? Ne? Mir liegt das schon gut. So. Die müssen wir uns so anschleichen. In die Busch. Ich schaue besser mal nach. Was? Hoppala. Ich schaue, ich schaue. Ich schaue, ich schaue. Ich schaue. Haua. So. Jetzt kommt der eine. Du kriegst doch mit den Schultern. So. Deine Klinge. So Legge den mit Buschen, ja genau So gut die mir aus Ja, den haben wir da her Haben wir da lidt So Oh yeah Cash 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 Gibt's denn da weiter mit dem Loot? Na klar Na klar Na klar Hoppala Da ist noch einer Oida Glaub ich nicht Dein Leben gehört mir Wie kommt ihr da? Wir müssen mit euch alle auf Was stößt denn da so? Na klar Du musst schon fighten mit mir Das macht keinen Spaß So Ruhe ist im Konton So Hauptsasetz Da drüben muss ich rüber Ich bin die Kassandra Ufff Geht doch raus Hoppa So Ja Ja Kassandra Du bist die Beste So Hau guck Hau guck Geht sogar? Nein Ach nee Ach nee Warte mal Lass los Kassandra Wir müssen da abhauen So Schauen wir mal Schauen wir mal Das schaut noch aus da Ja 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 Schweintel Schatz Gute aus Ja Wir machen mehr Ja Ja Wir machen mehr So So Gehen wir mal zum Leuchtfeuer Mal rauf da Und dann können wir das manipulieren Ne? Wir sind so gemein So Cycalfins Was ist denn mit den Schweren da? Ne Das geht nicht Das ist ja sehr lustig ne? Wie das fär ist Wer hat nicht da gesehen? Hoppala Giefer nur hier So So Haben wir da für ein Saar aufbauen Das geht Ich bin so Hey irgendwie ... ... ... ... ... Ich würde mich schämen an deiner Stelle. Na gut, hau doch ab! Ja, bald bist du tot! Ich schnapp mich! Ich schnapp mich! Wunder, arme Trantütte. So, wir gehen da mal schwarz plündern. Lassen wir mal die Arten raus. Jetzt gehört doch alles uns, ne? Der ganze Loot. So, wo bist du? Nö, nö. So, das Bude kann uns. Bleib spät! Los, Schweintet! Nö, du bist ja nicht so tapfer. Bleib dahin. Schauen wir uns das mal an. Malacke! So, Schweintetl, haben wir das gemacht, ne? Die lass ich da leben. Weil du hast mir geholfen, ne? So, wo ist denn der Eker? Der Ekeros ist nicht verfügbar, Schweintetl. Der ist irgendwo wieder ein Arterdami suchen oder so. Weiß ich nicht, oder was? Na, na, na. So, da, la. Ding, 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 ding. Die blaue, so. So, Ekeros? Endlich. Hä? Ekeros ist nicht verfügbar. Warum? Geht's auf, oder? Na? Das können wir außen und wandeln nehmen, da hinten. Na? Es läuft, ne? Es läuft. Ich sag ja, es läuft. Ist hier oben auch was? Ah, ha. Wenn wir da einen guten Bogen gekriegt, scheint. Ding. Wenn das blind und automatisch ging jetzt, ne? Das wär super. Nein, Kassandra, runter. Runter, runter, runter. Oh, ist was. Okay. Ich werd nicht da. Bilkling. Ich werd nicht da mal. Ah, ist was, so. Danke. Ich werde nicht da weg. Ich bin ein Schallhammer. Nein, doch nicht. Schlaghammer. Da habe ich nicht aufgepasst. Abwech nicht aufpasst. So. Da vorne hat es geching, aber kling, kling, kling. Was vergessen? Nein. Was ist denn Ego aus? Rumsved, da er ein Jäger, oder so? Da ist er. Aha. Ja. Ich glaube, so weit haben wir das ganze Ganze erledigt. Oder auch nicht. Das sind die Gefängniszellen, oder so? Hallo? Da sieht es gut aus, da drin. Da kann es blindern. Da kann es richtig blindern. Du greifst zu mal. Richtig volle Taschen. Mädel. Na? Zu den Waffen. Wo ist denn der Schmied hin? Ja, das war's, ne? So. Jetzt gehen wir. So. Kassandraschlich. Ja, ja, ja. Kassandralein. Was ist denn? Was ist das jetzt? Der Nymph. Neh mal mit. So. Scheiss drauf. So. Mal haben. Mal haben. Und los. Hoppap. Äh. Äh. Ich würde uns flücken mal vor. Äh. 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 Warte mal. Überlegung. Schi, 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 schi. Schi, 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 schi. Also drücken wir es mal hin. Oh, 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 oh. Oh, danke. Äh. 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 Ich hab jetzt eine Waffe abgelegt, okay. Na cool. Jetzt kann ich noch keine Waffen angestecken. Oh je je, jetzt kommt ein richtiges Donnerwetter. Jetzt haben wir gar nicht mehr gehabt, ne? Gewittermäßig. So. Hilfe! Egal wer! Hilfe! Wir kommen raus da. Ich danke dir. Cassandra, ja die Große. Okay. Und los geht's. Jetzt mischen wir auf weil wir im Regen, Alter. Das ist unser Revier jetzt. Okay, los geht's. Wir schnappen uns den Fruchtiger da vorne. Komm jetzt mal. So. Ich verliere nie. Oh doch. Du. Geld. Was ist mit dir, oder? Da gibt's mit der Schulter mal. Der ist immer fertig gefallen. Oh nice, hat er gesagt, ne? Wo bist du? Ja, da kommt er ja schon. Mach ich doch, mach ich doch, Schuss. So. Dankeschön. Für die Gaben. Für die Gaben. Immer schön looten. So. Es bringt nichts, wenn wir durchrushen, ne? Und dann wollen wir's upgraden, ne? Und dann, dann stehen wir da, ne? Mit den runtergelassenen Hosen. So. Das andere Kind. Da rauf, hopp. Und da rüber. Da her. Hier, was haben wir da? So. Was ist mit dir? Ich geh mit der Leder. Was ist mit dir? Weh da. Das war sowas von dem, die mir nicht so weit genug. So. Das ist ja so leicht. Ja, ich war doch noch, ich weiß, ohne. Cash, cash, cash. Und jetzt hier. So. Aber das ist alle die Rücken, jetzt fehlt noch mehr. Das Dorf da oben. Ja, das schauen wir uns. Der nächste, ja. Oder? Ne, fahr mal rüber. So, fahr mal rüber mit dem Pferd, fahr mal. Fahr mal. Ne, machen wir noch ein bisschen länger. Folge. Wenn wir es können. Überstock und Stein, ne? Wie immer gesagt, ne? Habe ich immer gesagt, Cassandra. Überstock und Stein. Hm. Was gibt's denn hier Schönes? Sagan. Sag an. Du willst, dass ich sie kaufe? Ja. Ich verrate dir den Ort. Wenn du mir ein paar Drachmen dafür gibst. Da, friss. Ein Gebet vor der Schlacht. Quest verfolgen. Ein Gebet vor der Schlacht. So. Ein Gebet vor der Schlacht. Ein Gebet vor der Schlacht. Mal gerade gucken. Wer da warten ist. Wieso hin, ne? Ja. Aber jetzt blüht er wieder, jetzt habe ich die drei Drachen zurückgekriegt. Haha. Und die nächsten zwei. So. Ein Lavendel. Ja. Hab's noch was einstecken? Ich glaube, wir können nicht mehr mit, ja? Hm. So. Kassandler. Jetzt ist es schon 3 Uhr in der Früh. Boah. Ich bin schon wieder lang dran. Aber siehst du hier noch mehr zerschüsse, ey. Aber siehst du noch mehr zu Schüsse, ey. Ich bin schon wieder lang dran. Aber siehst du noch mehr zu Schüsse, ey. So. Das heißt, du musst irgendwann. Ich bin ein Gebüsch. Was ist das Gebüsch? Das Gebüsch? Nein, das ist kein Gebüsch. Boah. 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 Ist das Pfingst du jetzt hier? Ich hoffe, dass man sieht das in der Aufnahme. Machen wir mal Licht an da. Icarus. Okay. Na, das darf nicht so schwer sein. Die schlafen. Oh, das ist ja kein Krasange. Ah. 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 sei leise schlangenbogen haben wir bekommen kassandra allein gebet vor der schlacht wir machen dessen oder samir netz so ist das finster aber die stimmen passt so Eieiei, so viele Quests noch. Die laufen jetzt schon ab. Das ist eine Wiffzags. Kopfgeld. Das schauen wir später nachher. Hier, hier. Da vorne ist es. Oder? Warte einmal. Ich bin verwirrt. Ja. Da. Aber weg. Ja, ja. Loco, loco. Moin. Moin, moin. Boah. Jetzt wäre er richtig fett, wenn er so ist. Gute Brot, Kakao oder so. Wie kann ich helfen, Priesterin? Ich habe gerade erfahren, dass der Athener Befehlshaber tot ist. Das ist ein Zeichen. Die Götter wollen, dass wir die Athener zurücktreiben. Bittest du mich gerade, all diese Athener in die Unterwelt zu schicken? Bei den Göttern. Du liest Gedanken. Die Zeltner gehören mir. Ich wusste, dass unsere Wege sich kreuzen. Ich komme wieder, wenn ich alles erledigt habe. So. Haben wir schon wieder alles erledigt? Eigentlich normal schon, ne? Ah, da oben. Don't go, ne? Hau ruck. Schack. Die Kassandra ist ja heute wieder richtig fleißig, ne? Schau ein Stück hin. Na, 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 na. Oh, oh, Bananacho. Warte mal. Lage checken. Da, 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 da. Was ist denn hier? Da ist ein Schatz. Das war sein letztes. What? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ich bin jetzt wieder am Aufstehen. Egal. Kassandra marschiert durch. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Achso, hier will ich keine Attacken. Okay. Hier will ich keine Attacken. Nee. So. So, komm her, da. Lass mir ran, da. Noch wer? Na, genau, du sagst es. Hoppala, Schwein, das wusste ich nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Warte, warte, warte. Komm mit. Warte, 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 warte. So. Was los, Schwein, derl. Bist ein bisschen verwirrt, ne? Na, so ein wilder Eber. So. Haben wir die Quest jetzt abgeschlossen? Ich denke schon, ne? Ja. Was schnell geht das? So. Da, da gehen wir schnell ab. Und los geht's. Tschüss, Schwein, derl. Wird der anzünden. Zieh dir. Brennt doch. Brennt doch. Tschüss. So sind wir beide im Park, ne? So. So. Haben wir das auch leidigst. Ach ja. I'm walking in sunshine. Yeah. I like us in this sunshine. So. So, jetzt müssen wir weiterklettern wieder. Oh, ei, ei. Du Igerus, schau mal da ins Wasser mal. Du meinst, da gibt's nix. Stips ist's. Okay. Da muss ich dir halt glauben, ne? Du, der Schmähführer. So. Den wollen wir zur Chefin. Hallo. Du bist zurück. Ihr Klo. Ich hab sie getötetet. Ne. Jeden Einzelnen. Bei Zeus, ich danke dir. Bitte, nimm das als Belohnung. Das reicht. Das ist jetzt der Ein-Tussi, ne? Mit die, mit die legendären Schweine und Viecher, ne? Die können wir killen müssen. Wer hat Kopfschmerzen. Ich hab's nicht mehr Opfergaben drin. Das hat's nicht mehr für Leute. Ich kann nicht einmal blind uns. So. Das haben wir. So. Das nächste Ziel haben wir hier markiert. Aber das machen wir jetzt da. Entschuldige. In der nächsten Folge. On Essence Street, Odyssey. Ciao, ciao.